Auf der Suche nach Anwendung sind wir über ein spannendes Thema gestolpert und zwar ist es der Brandschutz bei verklebten Brettsperrholzplatten. Der Fachbegriff für Brettsperrholz ist ja CLT, aus dem Englischen für Cross-Laminated Timber. Diese Platten werden herkömmlicherweise in Europa mit einem Polyurethan-Klebstoff verklebt. Jetzt haben wir Kontakt aufgenommen zur ETH in Zürich. Die ETH ist eine eidgenössische Universität mit sehr gutem Ruf und der Professor Frangi ist die führende Kraft im Brandschutz im Holzbau. Mit dem haben wir uns getroffen und haben ihm vorgeschlagen, dass wir zusätzlich zur Klebung die Bretter auch noch nageln. Das haben wir dann durchgeführt zusammen mit der Swiss Timber Solution. Das ist ein Spin-Off von Doktoranden, die an der ETH studiert haben. Federführend war der Dr. Michael Klippel. Mit dem zusammen haben wir einen Versuchsaufbau kreiert, bei dem wir drei CLT-Brettsperrholzmuster verbrannt haben. Die erste Probe wurde als Referenzprobe ganz normal verbrannt. Jetzt fängt das Feuer unten an, die erste Lage anzugreifen. Jetzt bildet sich eine Kohleschicht. Ab einer gewissen Restschichtstärke fängt der Kleber an, warm zu werden. Und bei 300 Grad Celsius versagt dieser Klebstoff und das erste Brett löst sich und setzt quasi eine neue frische Lage frei. Und diese neue frische Lage brennt wieder mit einer relativ hohen Geschwindigkeit weiter, bis sie die nächste Kohleschicht gebildet hat. Dadurch habe ich einen kaskadenartigen Abbrand, der deutlich größer ist als der von Vollholz. Jetzt ist der Gedanke gewesen, dass wenn wir die Bretter festhalten mit Dignalocknägeln, dass sie nicht abfallen können. Dass wir sie so lange in Position halten, dass die Temperatur quasi durch die Klebeschicht hindurch in die nächste Lage eindiffundieren kann und dort eine Kohleschicht bilden kann, bevor das Brett dann komplett versagt und runterfällt. Und dann haben wir die zweite Probe genommen und haben an jeder Brettkreuzung, an jeder Überlagerung von zwei Brettern einen Nagel in die Mitte geschossen. Und bei dieser Probe haben wir gesehen, dass es eine leichte Änderung gab, eine leichte Verbesserung, aber nicht signifikant und haben dann gesagt, die dritte Probe vernageln wir mit vier Nägeln pro Kreuzung. Und dort war es so, dass wir einen Effekt hatten, den man nicht erklären kann. Wir hatten zuerst einen relativ starken Masseabbau in den ersten Minuten und ab dann hat sich der Abbrand von dem dritten Muster verhalten wie massives Vollholz. Der Nagel war 65 mm lang. Das heißt, bei drei Lagen haben wir durch die erste, durch die zweite in die dritte Lage reingeschossen. Das heißt, geschützt waren die zweite und die dritte Lage. Die vierte war ungeschützt. Und das ist genau das, was man aufgrund der Kurve noch sehen kann. Die Zeit von der zweiten bis zur dritten Lage war extrem gedehnt. Jetzt haben wir es so gemacht, der Dr. Klippel hat sich die ganzen Rohdaten hergenommen, hat die aufbereitet für die Auswertung und hat einfach mal die Kurve interpoliert und hat gesagt, was wäre, wenn die Nägel länger gewesen wäre und wir durch alles durchgeschossen hätten. Und hat das interpoliert und ist dann auf einen Wert gekommen, der ganz klar zeigt, dass das Material sich wie Vollholz verhält.